Hier haben wir den Fabian. Das ist unser letzter, letzter, letzter aus Troncone, der mit dem Florestan hier ins Dog Village gekommen ist. Er ist ein bisschen hinter Gitter und beilt da immer, aber wenn man hier ist, ist er ein ganz ein lieber großer Schmuser. Sehe ich gerade. Ja, sowas. Da legt er sich aufs Bäuchlein, gell, Spätselchen? Ja. Er ist ein ganz ein lieber und eigentlich ein bisschen zu dick ist er. Ja, sowas. Ja, was denn, Schätzchen? Ja, was denn? So ein guter Bub bist du. Ja, was denn? Hallo. Da freut sich aber, wer, dass er so viel Aufmerksamkeit heute kriegt. Hoppla, ich kriege ihn gar nicht drauf, so ne Weißer. Hm, Schnäckchen? Ja, was denn? Ja, ist der Fabian. Also er ist blind auf dem linken Auge. Er kann sich ja nichts mehr machen. Er ist zu dick und er ist ein Tieflieger. Also er hat maximal 45, weniger als 45, na ja, 45 Zentimeter könnte er schon haben. Hey Fabian, sei mal nicht so nah bei mir. Ja, was denn? Hm, Schätzchen? Okay.